Guten Morgen, herzlich willkommen liebe Zuschauer von Oskar im Freitag TV, dem Gota Lokalfernsehen. Den Mann neben mir kennen Sie mit Sicherheit, sofern Sie sich ein wenig für Politik interessieren. Wolfgang Bursbach ist heute unser Gast zu unserem Morgengespräch. Wir haben genau 30 Minuten Zeit und wollen die auch nutzen. Herr Bursbach, gestern Abend im Hotel der Lindenhof zu einer Veranstaltung, wie haben Sie es empfunden? Ich war total überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich gucke auf die Uhr und denke, eigentlich müsste es jetzt um 9 Uhr herum sein und es war halb 11. Und das ist für eine Veranstaltung ein gutes Zeichen und ein riesen Kompliment an die Küche des Hauses, über 200 Leute schnell zu bedienen, in einer solchen Qualität. Da kann ich nur sagen, Respekt. Sie können ja, das haben Sie ja mal gesagt, ich glaube bei Markus Lanz theoretisch jeden Tag eine Veranstaltung annehmen. Ist das nach wie vor so? Manchmal auch zwei, so wie heute. Ich bin auf dem Weg von Grothan nach Berlin, da habe ich eine Veranstaltung und dann fliege ich nach Stuttgart, weil ich abends eine Veranstaltung bei der Industrie- und Handelskammer in Freiburg habe. Also die Anfragen sind weniger geworden, aber ich könnte jeden Tag drei Veranstaltungen machen. Herr Bursbach, nun fällt man ja als Politiker normalerweise, wenn man nicht gleich Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist, relativ schnell dem politischen Vergessen anheim. Wie kommt es, dass man sich an Wolfgang Bursbach nicht nur erinnert, zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag, sondern dass man ihn nach wie vor einlädt, dass man ihn, es gibt glaube ich gar keine Talksendungen, die Sie noch nicht bestritten haben. In allen Formaten bin ich schon mal gewesen, das stimmt, sogar in Sportsendungen wie Doppelpass. Aber ich glaube, das liegt daran, 23 Jahre sind schon eine sehr, sehr lange Zeit. Die durchschnittliche Verweildauer im Deutschen Bundestag von Abgeordneten ist ja nur acht Jahre, zwei Wahlperioden. Also die, die länger dabei sind, sind dann auch bekannter. Und weil ich eben nach wie vor von morgens bis abends in der Republik rastlos unterwegs bin und einer berichtet immer, so wie Sie heute Morgen, dann bleibt man im Gedächtnis. Wir haben ja, bleiben wir mal bei diesem Thema. Es ist ja so, dass Sie auch Ihren Abschied aus der Bundespolitik damit verbunden, auch damit begründet haben, dass Sie damals gesagt haben, die CDU-Politik, wie sie jetzt ist, ist nicht meine. Ist denn die CDU-Politik, wie sie heute ist, Ihre? Das gilt nach wie vor. Das, was ich damals auch gesagt habe, ich bin nicht durch Zufall oder Versehen in die CDU eingetreten, sondern aus Überzeugung. Aber es gibt die ein oder andere politische Thematik. Da bleibe ich bei dem, was früher Positionen der CDU waren. Nicht aus Sturheit, sondern aus Überzeugung. Stichwort Überzeugung. Kommt ein Stück weit Ihre Popularität. Gestern der Saal war ja ausverkauft, muss man einfach auch mal sagen. Und viel schneller, als das ursprünglich gedacht war. Sie sind ja sozusagen der erste politische Gast von Olaf Seiberg gewesen. Kommt Ihre Popularität auch ein Stück weit daher, dass man Politiker wie Sie eher vermisst? Ja, ich glaube, dass es eine Sehnsucht gibt nach Typen, nach Leuten, die eine klare Aussprache haben, klare Kante haben, die auch mal bereit sind, Ärger auch in der eigenen Partei auszuhalten und die nicht permanent die Richtung wechseln, die nicht so geschmeidig sind. Und zu den guten Erfahrungen in der Politik gehört auch, dass mir im Laufe von Jahrzehnten nicht wenige gesagt haben, in dieser oder jenen Frage habe ich eine andere Meinung als Sie. Aber ich finde es gut, dass Sie bei Ihrer Überzeugung bleiben, auch wenn es in der eigenen Partei mal Ärger gibt. Bleiben wir mal beim Thema Überzeugung. Habe ich das Gefühl, in den Wahlkampfjahren wird ja auch immer mal aus Diskussionen früherer Jahre, auch aus den 70er Jahren und den 80er Jahren viel gezeigt. Habe ich das Gefühl, dass man früher mit härteren Bandagen und trotzdem durchaus nicht unkameradschaftlich miteinander umgeht? Bei den Bundestagsdebatten? Ja, die Auseinandersetzungen waren härter, auch weil die politischen Themen sehr, sehr kontrovers waren. Das gilt zum Beispiel für das Festhalten an der deutschen Wiedervereinigung. Das war ja gar nicht so, dass immer alle schon dafür waren. SPD hatte sich Mitte, Ende der 80er Jahre in weiten Teilen, nicht alle, aber in weiten Teilen von der Thematik verabschiedet. Die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit, die gab es gegen den NATO-Doppelbeschluss. Da haben 500.000 demonstriert in Bonn, nicht wie heute ein paar Tausend. Eine halbe Million haben da demonstriert. Entsprechend waren auch die politischen Kontroversen. Aber Sie haben recht, nur verbal. Unabhängig davon. Besser oder schlechter gewesen, wenn man das natürlich im Zug der Zeit sieht? Ist heute vieles verwässert? Anders. Anders auf jeden Fall. Das war ein anderer Temperament. Und was man nicht vergessen darf, es war noch die Erlebnisgeneration. Die hatten den Krieg noch erlebt, überlebt, überstanden, die Katastrophe. Die hatten eine andere Erfahrung. Heute kommt eine neue Generation, nicht selten gut ausgebildet, mehrsprachig, Auslandserfahrung, aber eben auch sehr, sehr, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sehr geschmeidig. Sehr geschmeidig. Schöne Stichwort. Sie haben gestern davon gesprochen, dass man im Lande nicht Politik verdrossen, sondern eher Parteien verdrossen sei. Und dass sie großes politisches Interesse, egal wo sie unterwegs sind, bemerken. Ja, warum kommt es? Was glauben Sie? Was haben die Parteien falsch gemacht? Oder kann man generell die Parteien sagen, zu dem aktuellen Punkt, dass Leute sich für Politik oder besser gesagt für Parteipolitik weniger interessieren? Also Fakt ist, 1,8 Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in irgendeiner Partei. 10, 20 mal so viel sind auch politisch interessiert, politisch informiert, gehen aber nicht in Parteien. Frage, warum? Zweitens, ich muss das leider auch für die eigene Partei sagen, wir bilden auch nicht mehr den Querschnitt der Bevölkerung ab. Durchschnittsalter der Bevölkerung ist 41, Durchschnittsalter der CDU ist über 60. Bei der SPD dürfte es nicht viel besser sein. Warum gelingt es uns, und das ist der entscheidende Punkt, wenig junge Leute anzusprechen und sie dann auf Dauer in der Partei zu binden? Ich glaube, was gerade junge Menschen wollen, sind schnell Ergebnisse. Nicht, dass wir nur reden über die Probleme, sondern dass wir auch zu Entscheidungen kommen, die dann durchgesetzt werden. Es dauert in der Politik alles unendlich lange. Hat der Politsprech der Allgemeine ein bisschen zugenommen? Ja, ich glaube schon. Sie hören ja auch Reden, die zeitlos schön sind, wo dann der Redner sagt, alles hängt mit allem zusammen, wir müssen vom Ende her denken. Da sagt keiner, das ist falsch, aber jeder denkt, er soll uns mal lieber sagen, ist er jetzt dafür oder ist er jetzt dagegen? Also wir haben bei Oskar und Freitag TV den Spruch Innovation, wir brauchen Innovation, das ist eine der Politsprechsätze, die wir überhaupt nicht hören können, die ihnen kaum ein Statement fehlen, aber wenn du dann nachfragst, dann kommt relativ wenig an Erfahrungen, die nur wir machen. Nein, das gilt generell. Über die Überschriften ist man sich sehr schnell einig. Wir erleben das jetzt in diesen Tagen, Bürgergeld. Toll. Jetzt gehen Sie mal raus und fragen Sie mal, wer soll in welcher Höhe unter welchen Voraussetzungen Bürgergeld bekommen, mit oder ohne Bedarfsprüfung? Da werden die allermeisten sagen, keine Ahnung, übrigens ich auch. Ich weiß auch nicht, was sich hinter dem Begriff konkret verbirgt. Das ist ja eine Idee der SPD. Sie haben gestern am Rande gesagt, der Verzicht der SPD auf den Ministerpräsidenten, besser gesagt auf die Kandidatur, wäre, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht richtig. Peinlich, ja. Sie haben es gestern Abend krasser gesagt. Peinlich, habe ich gesagt. Ja, peinlich, haben Sie gesagt. Sagen Sie mal, ist es nicht andersherum vielleicht doch realistisch, wenn eine Partei, die zwölf Prozent hat, in den Umfragen sagt, okay, Ministerpräsident können wir ohnehin nicht stellen? Oder ist es wirklich so, wie Sie es gestern begründet haben, man muss auch einen Machtanspruch formulieren? Man muss zunächst einmal sich auch sehen, wer repräsentiert die Partei? Ist der Vorsitzende, die Vorsitzende oder eben Spitzenkandidat? Die Menschen wollen doch wissen, Politik wird immer durch Politiker verkörpert, nach außen hin. Wer steht für diese Partei? Wer repräsentiert diese Partei im Wahlkampf? Und eins ist klar, es kann überhaupt nur einer Ministerpräsident werden oder Ministerpräsident. Nur einer. Deswegen können doch nicht alle anderen auf Spitzenkandidatur verzichten. Selbst die Bayern, da liegt die SPD im einstelligen Bereich bei 8, 9 Prozent, die hatten eine Spitzenkandidatin. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Partei sein, die an der 0,1-Hürde scheitert. Aber eine große, stolze Volkspartei, über 150 Jahre alt wie die SPD, die muss doch sagen, hier, wir haben einen Spitzenkandidaten. Bleiben wir mal beim Thema, nicht der SPD oder Thüringen, sondern Ost und West. Sind Veranstaltungen im Osten für Sie anders? Gibt es eine andere Grundhaltung, eine andere Fragestellung? Oder hat sich das mittlerweile angeklärt? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja meine ersten Veranstaltungen hier im März 1990 gemacht. Da war die Skepsis sehr, sehr, sehr groß, auch weil die Menschen gar nicht wussten, was kommt jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zu. Das hat sich verändert, aber das kann ich wirklich sagen. Die Menschen hier in den neuen Bundesländern sind skeptischer als bei uns drüben in der alten Bundesrepublik Deutschland. Sie wollen es oft alles ganz genau wissen und sie sind wesentlich direkter. Ich will jetzt mal übertreiben, aber wenn man bei uns sagen würde, also ich halte das für ein eher suboptimales Ergebnis, da müssen wir daran arbeiten, würde man hier eher sagen, das ist doch alles Mist, was ihr da gemacht habt. 28 Jahre nach der politischen Wende, 28 Jahre, nächstes Jahr wird die deutsche Einheit 30 Jahre alt sein. Sozusagen ist das nicht ein bisschen ein Synonym dafür, dass das Land noch nicht 100 Prozent zusammengewachsen ist? Was so lange getrennt war, muss erst wirklich wieder zusammenwachsen. Das kann Generationen dauern, aber manches ist ja auch Frotzelei. Lassen wir uns jetzt mal bei der Wahrheit bleiben. Köln frotzelt über Düsseldorf, die Düsseldorfer frotzeln über Köln, ist ja auch manches mit Augenzwinkern. Vielleicht ist es auch so, Ossi und Wessi. Wessi in der CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat das nie eine Rolle gespielt. Da hat nie der andere gefragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ah, alte, neue Bundesländer. Wir hatten ja auch Kollegen, die aus dem Westen kamen, aber im Osten kandidiert haben. Oder wirklich ein guter persönlicher Freund, Arnold Faz. Da hat doch nie eine Rolle gespielt, dass ich der klassische Wessi bin und er aus Dresden kommt. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben genau 30 Minuten. Die ersten elf Minuten sind um. Wir wechseln also mal ein bisschen mehr vom Allgemeinen zu harten politischen Themen, bevor wir am Ende zum Privaten kommen. Im Übrigen, Wolfgang Bosbach hat keinerlei Thema ausgeschlossen. Wir haben das im Vorfeld abgefragt. Ich muss trotzdem noch mal fragen, Sie hatten gestern auch ein bisschen Medienkritik geäußert, in Anführungszeichen, dass man das Gefühl hat, den Leuten vorzugeben, was sie zu denken haben. Es ist im Übrigen eine Kritik, die uns regelmäßig begegnet, auch im Kleinen. Und diese Skepsis gegenüber Medien, kleinen wie großen, ist deutlich größer geworden in den letzten fünf, sechs Jahren. Hat das mit dem Entstehen oder der Entstehung der AfD zu tun oder mit generellem politischen Prozessen? Nein, das merke ich ja jetzt seit Jahrzehnten. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, da gab es noch links die Berichterstattung, Zahlen, Daten, Fakten, was war, wann, wo und rechts den Kommentar. Das fließt immer mehr ineinander über. Und es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob jemand schreibt, sagte der Abgeordnete ABC oder tönte der Abgeordnete ABC. Das ist schon negativ. Tönen ist eine negative Konnotation. Also soll der Leser schon denken, das ist ein Vollpfosten. Und ich bilde mir mein Urteil tatsächlich gerne selber mit einem Kommentar. Da kann ich prima mit leben, weil der ja getrennt ist von der Berichterstattung. Da kann ich mich fragen, teile ich dessen Meinung oder teile ich sie nicht. Aber wenn ich schon in der Zeitung beim Lesen des Berichtes das Gefühl habe, die sagen uns nicht alles, habe ich auch gestern gesagt, Lügenpresse halte ich für falsch und eher abschneidend. Aber wir sollen erzogen werden. Also da werde ich immer ganz unruhig. Wie erklären Sie sich das? Ja, weil auch Journalisten Politik machen. Sie sind keine Politiker, aber sie machen doch Politik. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man mal veröffentlichen würde, wie wählen die Journalistinnen und Journalisten, dann haben wir ein anderes Bild als den Querschnitt der Bevölkerung. Ich glaube schon, dass Rot-Grün die stärksten Bataillone in den Redaktionsstuben hat. Gut. Kommen wir mal zum Thema Griechenland. Wir haben ja gestern ausführlich auch darüber am Rande gesprochen. Ihre Meinung hat sich kein Deut geändert. Sie sind nach wie vor, ich versuche es in Kürze festzuhalten, überzeugt davon, dass die Griechen ihre Schulden schon aus objektiven Gründen nie zurückzahlen können. Wie erklären Sie sich denn heute, auch rückblickend darauf, dass man dieses Problem dann so gelöst hat, in Anführungszeichen, wie man es gelöst hat? War der politische Druck zu groß? Ja, genau. Der Druck vielleicht nicht, aber der Wille. Es war der unbedingte Wunsch, Herr Draghi hat es ja auch gesagt, whatever it takes, der unbedingte Wunsch, dass kein Land aus der Eurozone ausscheidet, selbst wenn es das Land unter den Bedingungen des Euro wirtschaftlich nicht schaffen kann. Mangels Wirtschaftskraft, Wettbewerbsfähigkeit, Exportstärke. Die Länder haben das Problem, die wirtschaftlich schwächeren Länder, dass sie, weil sie keine eigene Währung mehr haben, sich nicht durch Abwertung der Währung einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Das war aber völlig klar, wenn der Euro kommt, sind damit die nationalen Währungen abgeschafft. Und das ist nicht nur ein Problem von Griechenland, aber in Griechenland ist es besonders augenfällig. Das zeigt ja schon die schöne Frage, nennen Sie mir doch mal ein großes griechisches Industrieunternehmen. Und dann wird die Luft dünn. Griechenland ist stark im Tourismus, in der Landwirtschaft und in der Reederei. Griechenland hat eine gigantische Handelsflotte, aber ist nicht ein exportstärkes Land mit attraktiven Industrieprodukten. Aber gehört trotzdem natürlich aus ihrer Sicht in die Europäische Union. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ja auch übrigens ein Problem, dass sie nach geltender Rechtslage nicht aus der Eurozone austreten können und in der Europäischen Union bleiben. Obwohl ja zehn Länder in der EU den Euro nicht haben. Aber sie hatten ihn auch noch nie. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, auch ein Land ohne Euro wie Griechenland in der Europäischen Union zu halten. Also da gehören die Griechen nun wirklich hin. Mir ist gestern aufgefallen, dass Sie politisch komplizierte Prozesse sehr einfach darstellen können. Es ist dabei eine Ausnahme. Wir haben regelmäßig auch Interviews mit EU-Politikern. Nein, besser gesagt Abgeordneten des Europaparlaments. Die können uns Europa gar nicht erklären. Warum können Sie es? Also vielleicht auch, weil ich mich nur zu den Dingen äußere, bei denen ich mir sicher bin. Nicht in dem Sinne von sicher, dass ich Recht habe, sondern dass ich mich intensiv mit der Materie beschäftigt habe. Es gibt viele Anfragen zu Themen, auch Talkshows, wo ich sage, ja das ist ein tolles Thema, aber ich fühle mich nicht sicher genug. Ich bin da drin nicht fit. Und das gilt jetzt nicht nur für Politik. Wenn Sie einen Sachverhalt wirklich verstanden haben, dann können Sie sich auch einfach ausdrücken. Wenn jemand ganz kompliziert formuliert, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass er nicht weiß, worum es jetzt im Kern, worum es wirklich geht, was die entscheidenden Alternativen sind. Hat sich der Typus des Politikers gewandelt im Verlauf der letzten 30 Jahre aus Ihrer Sicht? Jedenfalls haben wir heute und das nötigt mir einerseits Respekt ab, andererseits macht es mir ein bisschen Sorge. Sehr viele junge Leute in der Politik, die noch keine berufliche oder Lebenserfahrung haben, die ich jedem wünsche, dann sieht man manches, über das man spricht und entscheidet doch anders. Also ich finde es toll, wenn jemand mit 25, 30 Jahren in den Deutschen Bundestag kommt, kann ich nur sagen, Respekt, das habe ich nie geschafft. Aber es gibt vieles im Leben, was du nicht auf der Schule oder in der Uni lernen kannst. Was ist denn bei Ihnen, oder anders formuliert, wenn Sie unterwegs sind, welche Veranstaltungen sind denn die interessantesten oder nehmen die alles so, wie es kommt? Nein, nein, ich suche mir das schon aus. Ich muss ja auf die Gesundheit Rücksicht nehmen. Ich versuche, lange Fahrten zu vermeiden. Hamburg, München, Berlin ist ja kein Problem. Du steigst ins Flugzeug, landest, bist bei der Veranstaltung und gehst wieder nach Hause. Aber Gotha ist schon eine andere Herausforderung, jedenfalls für den Rheinländer. Flensburg, Scharbeutz bin ich demnächst. Da musst du ja erst mal hinkommen. Dann gehe ich gerne zu Kolleginnen und Kollegen, die ich noch kenne aus dem Deutschen Bundestag und gerne dorthin, wo ich noch nie gewesen bin. Es gibt Orte, da war ich in den 23 Jahren schon fünf oder sechs Mal. Da ist es schön, wenn man wieder eingeladen wird, aber da muss ich jetzt nicht zum siebten Mal noch hin. Ja, aber viel vom Ort kriegen Sie doch gar nicht mit, oder? Ja und nein. Ich habe mir angewöhnt, wenn abends eine Veranstaltung ist und ich Zeit habe, dass ich vorher noch eine Runde Golf spiele und Sie glauben gar nicht, wie viele schöne Ecken ich kennengelernt habe, wenn ich mal ausgestiegen bin aus dem Auto. Sonst düst man ja immer durch. Ich kann mich auch noch gut an eine Veranstaltung in Baden-Württemberg erinnern. Ich glaube, das war in Gerlarsheim, Veranstaltung zu Ende, Sonntagnachmittag. Musst du ja eigentlich nach Hause. Und dann sagte ein Herr, darf ich Ihnen unsere alte Kirche zeigen? Ja, dann habe ich gesagt, gut, machen wir. Es war zum Niederknien schön, ein wirklicher Traum, diese Barockkirche. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon achtlos auf der Autobahnrand vorbeigefahren bin. Die liegt vielleicht zehn Kilometer von der Autobahn weg. Wir sollten öfter abbiegen. Ich muss bei der Stelle nochmal ganz kurz nachfragen, weil es natürlich ein sehr interessantes Thema ist. Wir haben es zwar schon einmal gestriffen, aber noch einmal. Wie erklärt sich Wolfgang Bosbach, die Popularität von Wolfgang Bosbach? Die kann doch gar nicht allein in den 23 Jahren im Bundestag liegen. Es muss doch aber was anderes geben. Bundesweit schon. Ich war ja zu Hause sehr umtriebig im Sport und auch im Karneval, der bei uns im Rheinland eine überragende Bedeutung hat. Da bin ich schon bekannt gewesen, als ich in den Bundestag gewählt worden bin. Aber natürlich nicht bundesweit. Vielleicht, weil die Menschen wissen, das ist ein Typ, der scheut keinen Konflikt. Aber gleichzeitig ist er auch fair im Umgang mit anderen. Und dann hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass ich auch relativ häufig im Fernsehen war, in Formaten, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Wie wer wird Millionär oder wer weiß denn sowas. Das hat mir immer Freude gemacht. Das muss jetzt nicht von morgens bis abends Politik sein. Aber Roland Pofalas Zitat hat nicht dazu beigetragen, überregional. Ich frage mal. Doch, doch sicher. Jede Berichterstattung in den überregionalen Medien trägt zum Bekanntheitsgrad bei. Ob das zur Popularität beiträgt, ist eine andere Frage. Was vermissen Sie denn heute am meisten, jetzt zwei Jahre nach dem Abschied aus der aktiven Politik? Ich hatte immer tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So zu den schönsten Erlebnissen, wenn jemand weint, wenn der Chef geht. Es gibt doch nicht wenige, die sagen, Gott sei Dank, dass der weg ist. Und dann Freundschaften, die gibt es auch in der Politik. Es ist nicht jeder mit jedem befreundet. Aber auch über Fraktionsgrenzen hinweg sind Freundschaften entstanden. Und wenn wir dann die Kollegen noch schreiben zu Weihnachten, werden wir auch mal weniger werden oder zum Geburtstag, finde ich eine schöne Geste. Stichwort Freundschaften und über Parteigrenzen hinweg. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Linkspartei? Ja, die ringt genauso mit sich wie die AfD auch. Allerdings ist die Linkspartei geschickter. Denn die Linkspartei hat eine breitere Themenpalette. Die AfD hat sich ja total konzentriert. Erst warst du Euro, dann Lucke und Henkel weg. Und dann haben sie das Flüchtlingsthema gefunden und reiten jetzt von morgens bis abends auf diesem Thema herum. Ein wichtiges Thema, Migration und Integration. Aber wenn du politische Verantwortung im Bundestag, im Landtag übernehmen möchtest, musst du ja politisch inhaltlich viel breiter aufgestellt sein. Und das macht die Linkspartei geschickter. Bei der AfD gibt es natürlich auch viele Leute, die auch, wie Sie es vorhin gesagt haben, schon ein gelebtes Leben vorweisen können. Sie haben gestern aber darauf verwiesen, dass das allein nicht reicht, weil man sich von extremistischen Äußerungen nicht distanziert. Ja, klare Kante. Ja, zu mir muss keiner kommen und muss sagen, aber da ist doch der Herr Müller, der Herr Schmitzmeier, das sind doch ehrenhafte Leute. Und die kann man doch jetzt nicht in Haftung nehmen für Aussagen von Gauland, Höcke, Weidel, was weiß ich. Doch, kann man, weil sie ihnen Deckung bieten. Ich kenne selber einige, die in der AfD sind, von denen ich sage, wie sind die da hingekommen. Aber solange sie den Extremisten Deckung bieten, solange sie sagen, wir machen mit ihnen politisch gemeinsame Sache, lasse ich ihnen das nicht durchgehen. Wenn sie sich eher als bürgerlich wertkonservativ betrachten wie ich, müssten sie die Partei verlassen. Sie haben es vorhin gesagt, die AfD in Anführungszeichen beschäftigt sich vor allem mit Integrations- und Flüchtlingspolitik. Sie selber sind ja bekannt geworden, auch dadurch, dass sie nicht alles mitgetragen haben in diesem Fall, was in der CDU eine lange Zeit lang die Hauptrolle gespielt hat. Ihre Kritik an der Flüchtlingspolitik ist allgemein bekannt. Sind Sie mit der Aufarbeitung, diesem Werkstattgespräch, vor wenigen Tagen zufrieden gewesen? Ist das nicht überfällig gewesen? Erstmal das, dafür bin ich schon dankbar, dass man sich überhaupt einmal kritisch, auch selbstkritisch, mit den Themen beschäftigt hat. Mit dem Ergebnis bin ich erstmal zufrieden, wenn es in Politik umgesetzt wird. Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht zufrieden, wenn wir am Ende des Jahres feststellen, Hauptsache wir haben mal drüber geredet. Entschieden ist überhaupt nichts. Denn dieses Werkstattgespräch, die Teilnehmer sind ja kein Beschlussgremium. Was macht jetzt die Fraktion, was macht die Partei, was können wir umsetzen in praktische Politik, in Vereinbarung mit der SPD? Da passiert ja im Moment nichts. Also geben wir der Partei mal ein paar Monate Zeit und am Jahresende können wir sagen, hat es sich gelohnt oder haben wir nur drüber gesprochen? Ich muss dann nochmal nachfragen aus Ihrer Sicht, was sollte oder muss umgesetzt werden? Das Wichtigste ist, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Die Probleme werden bleiben, wenn nach wie vor 60, 70 Prozent, das ist die aktuelle Zahl, der Flüchtlinge ohne Papiere kommt. Wir wissen nicht, wer sie sind, wir wissen nicht, woher sie kommen. In vielen Fällen kennen wir das richtige Lebensalter nicht. Und wenn gesagt wird, was ja auch sachlich stimmt, wir haben keinen Kontrollverlust mehr, wir registrieren alle und nehmen jedem die Fingerabdrücke ab, zeigt das unsere Hilflosigkeit. Wir können ja nur abgleichen mit einer Stelle, wo die Fingerabdrücke schon mal abgeglichen worden sind. Also wenn sich einer dort hat mit A registrieren lassen und bei uns mit B, gibt es drei Möglichkeiten. A ist B, A ist richtig, B ist richtig, beides ist falsch. Nur es kann nicht beides richtig sein. Also sind wir so schlau wie am Anfang, wenn jemand mit unterschiedlichen Nationalitäten erkannt wird. Wissen wir nur, dass es nicht stimmt, aber wir wissen nicht, was stimmt. Halten Sie die Entwicklungen aus dem Jahr für 2015 auf? Wäre das vermeidbar gewesen, diese Entwicklung, die Öffnung? Nicht, nicht der starke Anstieg. Nicht. Nicht, aber die Grenzöffnung, die Bilder, die um die Welt gegangen sind, hatten natürlich eine Sogwirkung. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Flüchtlinge, die damals in Ungarn eingefärscht waren, unter unsäglichen Umständen, dass die einreisen können, die Entscheidung habe ich für richtig gehalten. Zur Vermeidung einer humanitären Katastrophe. Aber wir hätten danach wieder zur Anwendung der üblichen Rechtspraxis zurückkehren müssen. Es ist völlig klar, in dem Moment, wenn, wir haben heute Smartphone, Internet, in Minuten geht das um die Welt, wenn wir signalisieren, wer kommen will, kann kommen. Haben Sie keinen Pass, kein Problem, stellen Sie einen Asylantrag an der Grenze, Sie können kommen. Sie können sich auch gerne als Syrer registrieren lassen, dann werden Sie ganz schnell anerkannt, dass dann Hunderttausende sagen, dann gehen wir doch am besten nach Deutschland. Kann ich ja menschlich verstehen. Und wir haben heute eine völlig andere Lage als 2015, Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als die Bundesregierung die Schließung der Balkanroute hart kritisiert hat. Die waren doch froh, dass die Balkanroute geschlossen wurde. Dann hätten Sie es doch sagen sollen. Sie haben es gestern auch gesagt, uns fällt das im täglichen Diskurs auch immer wieder auf, dass Leute uns die Meinung auch im Kleinen nicht sagen, selbst unter drei, weil sie Angst haben, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ja, das fällt mir auf. Das ist ein grundsätzliches Problem? Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Ich kenne kein zweites Politikfeld, wo die Leute sich so auf die Zunge beißen, ein Beispiel, das hat mich schon erschrocken gemacht, so auf die Zunge beißen, dass sie sagen, um Gottes Willen, nachher bin ich noch ein Nazi. Und ich habe mal mit einem wirklich bekannten, auch populären Schauspieler zusammengesessen. Der hat seine Kritik an der Flüchtlingspolitik geäußert, in einer Weise, die 100% korrekt war. Der wurde immer leiser und guckte dann links und rechts, ob ihn irgendeiner gehört hatte. Und ich sagte immer, ich kann dich kaum noch verstehen. Ja, aber wenn das bekannt wird, du kennst ja die Kunst- und Künstlerszene und da musst du links sein und so, da sage ich immer, wie du denken doch Millionen. Ja, aber trotzdem. Ganz schlimm, wenn du in einem Land nicht mehr sagen kannst, was du denkst, weil du Angst hast, einer hört das, verpfeift dich und plötzlich bist du Nazi. Ganz schwierig. Das Thema Meinungsfreiheit kommt auch immer wieder auf. In unserem Land kann doch Gauerscheid werden, was man will oder nicht. Ja, aber Grenze ist das Strafgesetzbuch. Aber das ist nicht das Problem, was viele Leute haben. Ein Freund von mir hat mir was wirklich Nettes gesagt. Launig, aber da ist was dran. Ein Freund von mir hat mir auf einer Party gesagt, wenn morgens Krach ist auf der Straße um drei Uhr, will ich Ruhe brüllen dürfen, ohne dass ich vorher gucken muss, ob die einen Migrationshintergrund haben. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen, meine Damen und Herren. Ich habe Wolfgang Bosbach versprochen, dass wir 30 Minuten halten. Die letzten zwei Minuten gelten Ihnen nochmal privat. Wir reden auch nicht viel, aber es ist allgemein bekannt, dass Sie krank erkrankt sind. Wie geht es Ihnen? Im Moment, so lala, ich müsste ein bisschen mehr Schlaf haben. Was mich, das ist wirklich das Einzige, was mich im Moment akut belastet, neben den Folgen der Lungenoperation, mir fehlt ja ein Stück der Lunge, dass die Therapie mit chronischer Müdigkeit verbunden ist. Das ist im Preis mit inbegriffen. Hat mir der Arzt von Anfang an gesagt, das wird die Folge sein. War leider auch so. Ist jetzt kein Drama, aber für mich ist jeder Tag zu lange. Also ich müsste so acht, neun Uhr mich abends hinlegen, aber vor Mitternacht ist es eben selten. Dann ist die Frage, und das ist auch die letzte, warum, in Anführungszeichen, tun Sie sich das alles an? Weil es mir Spaß macht. Es ist genau das, was ich tun möchte. Sieht man mal jetzt von der Reiserei ab. Aber ich hoffe, das hat man mir auch gestern Abend angesehen, wenn ich reinkomme. Der Saal ist voll und das ist ja für mich auch ein bisschen Freizeitvergnügen. Das mache ich auch gerne. Aber die allerletzte Frage gilt Ihrer Partei. Sie haben die CDU teilweise durchaus scharf kritisiert, für manche Dinge, aber auszutreten, waren Ihnen eine Option? Nein, nein, nein. Ich bin ja 100 Prozent CDU, nicht 90 oder 80 Prozent. Right or wrong my party, heißt es im Englischen. Ich halte zu meinem ersten FC Köln, auch wenn wir bedauerlicherweise in der zweiten Liga spielen. Und wenn wir, das ist ähnlich wie mit der CDU, wenn wir verlieren, sage ich, das kann nicht wahr sein. Nächstes Spiel, Nein, dann im nächsten Spiel stehe ich dann wieder mit dem Vereinsschal und singe die Hymne. So ist das, mit dem Fußball wie mit der Partei. Letzte Frage, warum sollten Gotar nach Bergisch Gladbach kommen und sich die Stadt mal anschauen? Weil wir eine wunderschöne Kombination haben zwischen einer herrlichen Landschaft, so ähnlich wie hier auch in Thüringen. Wir sind ein wirklich grüner Landstrich, aber wir sind auch in zehn Minuten in der Millionenmetropole Köln. Wir haben eines der größten Barockschlösser von nördlich der Alpen, das Schloss Bensberg. Wir haben eine europaweit bekannte Wellness-Therme, das Mediterraner. Und beeilen Sie sich gerade in dieser Jahreszeit. So richtig Karneval feiern kann man am besten in Köln. Meine Damen und Herren, das war's. Wolfgang Großbach, wir danken für das Gespräch. Ich danke Ihnen, es war mir eine Freude. Danke. Vielen Dank.